Was denn? Deine sind doch hier! Ich meinte generell. Ach Quatsch. 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 Ah, ich sterb gleich schon wieder. 1, 2, 3, 1, 2, Na rein, woher ist auch schon wieder welche drin. Ist auch schon wieder 9, 9 drin. 1, 2, 6, Mann. Was ist denn mit den Bäumen? Die könnten eigentlich mal ein bisschen was abspucken hier. Oh, eine, was kann... Allein 2 und... Wie macht man einen Schuck? Oh, frische Butter und Salz und Milch. Oh, ha, 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 ha. Bambus, ein Stick und so weiter. Kein vieles machen, das ist das ja. Ja, das ist schlimm. Jeheu, Alleine! Oh, ich klege. Hallo du, da hinten. Oh, Schle-Heu-Eh gesagt. Ja, ich lege! Ist ja ok. Du hast nicht gelaggt. Was denn? Ich hab wirklich... Hast du mich grad gehauen? Ne, ich war das nicht. Steh doch da! Sonst hätte ich... Du würdest ja stehen, ich hab dich gehauen. Du bütmatz. Eigentlich wollte ich nur was essen. Apropos essen, ich kann mir mal ein paar Schüssel mitnehmen. Ja, ich hab in 6 Minuten 2 Stunden. Sehr klar. Ich auch. Ja, aber wir können uns ja nicht übertreiben. Ach, ist doch egal. Nein, wir übertreiben es diesmal nicht. Dann verlieren wir nachher noch die Lust. Ja, ne, ist klar. Ich glaub, komm, dass wir hier die Lust von verlieren. Ich hab jetzt mal 2 von diesen Mixed Bolt gemacht. Vor allem immer, welche einer was von brauchen oder so, ne? Hm, ja klar. Eigentlich kann man so viel produzieren, wie ich mitnehmen kann. So. Wie weit ist das der? 5, ne? Ja. Ja. Die Felder. 4. Mitte und dann 4 in jede Richtung. Machen das nicht 5? Nein, 4. Ich bin ja mal nur 5. 4. Glaub mir, es sind 4. Ach, ich glaub dir nix. Ja, dann glaub mir nix. Weil du eh viel Müll da warst. Mhm. Nur, dass ich der größte Farmer bin aller Zeiten. Ja. Du. Ja, ich bin der größte Farmer. Ich bin der Farmer und geboren auf dem Land und meckige Kühe. Wie die bum bum bum. Du bist behindert. Du, 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 du. Nee. Ja, so wäre, dann hätte ich nicht hier oben schon wieder genug beim Kompost angesammelt. Ja, freu dich. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Warte mal, ich wollte jetzt gucken, ob man da Holz reinpacken kann. Sonst haben wir oben gleich kein Wald mehr hier. Ähm. Bitte sagt, ich warte jetzt einfach gucken nach, ob es funktioniert, weil dann müsst ihr eigentlich, wenn da so ein Durchgang war, müsst ihr ja ein Holz nehmen. Auf jeden Fall macht er weiter. Danke. Aber irgendwie. Ja, er nimmt auch Holz. Okay. Du, 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 du. Na, einfach mal hier ganz oben auf die Spitze des Baums klettern. Ja. Und schön von oben wegholzen. Oh. Der denn, der denn, der denn, der denn. Ich bin jetzt eingesammelt. Wie bei den Wolken geht der Zeltos noch behinderter sein. Was mich halt wundert, dass der keine Anzeige hat. Was? Ähm, wie weit die wachsen. Unten rechts steht doch Growing. Garden Proxy. Garden Core steht da nur. Bei was guckst du denn jetzt drauf? Bei kompostierten Dinge. Keine Ahnung. Wo ich auf Kompost gesetzt hab. Kann ich dir nicht beantworten. Da bin ich unwissend. Die ganzen Pilze auseinandergenommen schon. Hm? Bist du eine? Echt? Pilze. Äh. Es leckt ja auch irgendwie gar nicht oder so. Nein. Bin ich grad bei mir nicht. Auch bei mir schon. So. Ich hab gefühlte im Game grad fünf FPS oder so. Hä? Gerade im Spiel irgendwie fünf FPS oder so. Okay. Sind gefühlt und in echt sind es elf. Hm. Komisch. Achso, ich kann nicht pennen. Ich bin oben auf dem fast oben auf dem Bauch. Ja, nö, nö. Ist ja egal grad. Hast du nicht gehört? Ich hör auch nichts hinten. Okay. Weil du es wieder bumm gemacht hast. Irgendwo. Mal rein. Sind wir bei den Bäumen oder in der Plantage oder bei den Kisten? Nein, nein. Ich bin da grad weg. Ah. Sollst du deine Spuren schon beseitigen? Ich bin da weg. Ist wirklich so. Aber wie groß ist denn dieser Baum denn noch? Oder nicht? Heilige Mutter Maria Gottes. Amen. Hm. Ist klar. Leck. Ein Baum leckert das grad so stark. Jetzt frage ich. Auf den großen Baum zu fällen. Ich fälle nicht mit einem. Zack. Ich muss da hochklettern. Ja. Und trotzdem. Das Deespawn bringt das zu lecken. Was für ein Deespawn? Das Deespawn hat auch nichts mehr. Ich bin mit einem Stamm drinne. Autsch. Das Deespawn hat noch gar nichts. Oh. Server Shutdown. Boah. Wer war das? Tobi wahrscheinlich. Klar. Server Shutdown. Alle sind runtergefunden. Ja, sicher. Tobi hat bestimmt irgendwas gemacht, der Vollforsten. Das sind ja bestimmt auch hier Ratter drinne. Oder vorhin. Schnauze-Zombie. Nervt nicht. Gibt's doch so. Ja, alle können nicht rausgeflogen sein. Dann wären die ja schneller drinne als wir gewesen. Das kann rausgeflogen sein. Ey, wie funktioniert die kompostierte Erde gar nicht? Aus irgendeinem Grund. Aber musst du. Oh, jetzt kommt auch noch ein Zombie mit der Goldrüstung. Richtig. Muss man gleich was schauen. Ob man die doch mit der Haube arbeiten muss. Ja, aber dann könntest du ja nicht so solo draufpflanzen. Nö, deswegen wundert mich das ja auch. Boah, ey, ihr dämlichen Zombies und ich hab kein Schwert mehr. Na komm, so endlich. Boah. Jetzt liegen das sicher. Ach so, ja. Du mich auch. Spiel. Du mich auch. Ich bin tot. Hab's gesehen. Ach, wieso hat man sich das wieder umgestellt mit dem Grabstein? Ist doch behindert. Keine Ahnung. Ich muss die Dinger doch mit der Haube arbeiten. Auch geil. Du kannst das so draufpflanzen, aber ja, musst du trotzdem mit der Haube arbeiten. Sonst geht das nicht. Lächerlich, oder? Ja, klar. Boah, ich muss diesen grad, ne? Naja, nix doch. Müde, die aber. So, ich muss schlafen gehen. Ich hab Zombies am Arsch. Kannst du schlafen? Äh, nein. Ich komm aber da vorne hin. Da, wo wir wohnen. Hm, dann komm doch her. Ich lauf grad schon. Aber ich bring was mit. Ja. Ja, 50 Stück. Ein Zombie mit Goldrüstung. Wo? Da. Ach, hast du. Nonstern hier bei. Ja, hier, Enderman. Hat er mich schnell in dir nicht gegeben. Ich will nicht. Du bist schwul. Ja. Ich hab doch hier hinten gepennt. Aua. Achso. Na schön, pflicht. Aua. Das bringt alles in die Luft hier. Ach ja. Ich komm wieder. Ach, ich muss das. Ich muss das. Geh weg, Zombie-Mensch. Und das noch eineinhalbfärze. Ich boxe ich wieder. Tschüss. Ach, ich sterbe. Versuche, ich mal ins Bett zu legen. Schnell, schnell, schnell. Ja, ja, ja. Weg. Aua. Aua. Ich wurde rausgeboxt. Ja. Oh, Zombie, geh doch einfach bitte weg. Bleib einfach da unten im Loch drin, okay? Du hast eh keine Freunde. Geh weg. Oh, Mann, du hast zwei Freunde. Geh doch einfach weg mit euren Freunden. Ja. Passiert, ne? Passiert, passiert, passiert. Toll. Was toll. Muss jetzt von seinen Freunden abhauen. Oh. Oh, dann kann ich mal wieder aufstehen. Okay, wie geht das denn nicht? Ah, so. Ja, gut. Und das heißt, jetzt... Ah, jetzt zeigt er das. Zeig das auch an. Zombie, Skelette. Oh, kommt Pistitu, Zombie. Ja, jetzt kommt noch ein zweiter Zombie. Ich verdrösch die gerade mit der Schaufel. Handpunch, Handpunch. Schlafen. Warte. Komm, leg dich ganz schnell hin, erst mal. Da kommt ein Skelett nämlich gerade. Ja, ich seh's. Da kommt der erste Schuss. Oh, über den Kopf her. Jetzt zeig das an. Ja, und das ist gewachsen hier. Ja, ja. Weil ich das gerade gemacht habe. Ich muss mit der Hauptbearbeitung... Achso, ich hab hier noch was für dich. Komm her. Aber ich kann das selbst kombinieren, oder? Achso, nee. Ja, kannst du mit Erden. Wie soll ich das anpflanzen? Eins, zwei, drei, vier. Äh, warte mal. Wenn du vier machst. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich hab fünf gemacht. Nein, du brauchst keine fünf. Doch, Lech. Das wird nichts. Das wird nichts. Die Mitte bleibt nachher frei. Das ist immer nur vier Abstand. Warum bin ich geflogen? Sag doch was. Ich hab nur... Shit, du uns... Ja, da musste ich ihn irgendwo hinboxen. Wo sind meine Sachen gelandet? Ja, aber auf jeden Fall nichts. Das ist weg. Also die kompostierte Erde hab ich bei mir im Inventar, ja. Das ist richtig. Meine ich ja nicht. Meine Axt und so. Alles weg. Nee. Das war ich bei mir in der Hand. Also ich hab meine... Ich hab meine Axt in der Schaufel. Meins ist weg, hab ich gesagt. Ja, kann ich nicht schwer. Hör doch zu. Jetzt haben wir keine Hau mehr. Ja, wir müssen ja ein bisschen farm gehen. Du Superman. Wo kam der eigentlich her? Keine Ahnung. Hinter uns irgendwo. Dann war das der, der da hinten im Wasser gespielt hat. Ja, mit dir gespielt jetzt. Du mich auch. Da kommt noch einer. Wo? Da. Da. Misfi. Fick dich. Ich pack mir hier das Zeug auch hier rein, ne? The Garden Soil and Compost da rein. Bevor du wieder in die Luft gehst. Ja, ich hab ja nicht so viel bei mir gehabt. Das geht ja noch. Ja. Aber mich nervt das hier grad. Facken und der Cobblestone. Mich nervt, dass er gleich hier alles mit in die Luft gesprengt hat. War ja alles weg. Ist normal. So extrem nicht. Manchmal bleibt er ja noch... Eigentlich bleibt er ja immer noch Erde stehen. Oder zumindest liegt das nur rum. Ja, der ist ja voll weggesprengt. Du bist aber auch super schnell geflogen. Ja, ich hab's gemerkt, wie ich geflogen bin. Na, hast du magnetern? Hm. Aber zu mir sagen, kein Magneter machen. Mach's aber selber, ne? Du Magnet-Kind, du. Aber auch nur dafür. Was ist denn hier los mit unseren Bäumchen? Bauen wir mal extrem damit. Vielleicht muss man da drunter auch Zäulen machen oder so? So, mal gucken. Oder den Bäumen. Die wachsen so ab, aber kann sein, dass die da drauf auch schneller wachsen. Was kannst du haben? So, was haben wir denn hier für eine wunderschöne... Oh, eine kleine, bisschen höhlige Höhle. Na, wenn wir müssen hier Kandidat sein? Du bist der nächste Kandidat. Du bist Säulie. Und du gehst sterben. Ja, genau. Ich würde ja auch noch wegflachen. So, weg damit. Ich würde massenweise Salz, aber Eisen oder so findet man ja selten, ne? Es geht. Eigentlich nicht so wirklich. Okay. Egal, erstmal Salz. Kohle. Ich glaube, Kohle in 10 Milliarden verschiedenen Formen. Wie geht das denn? Also aussetzen kannst du da ein Zeppling. Aber ich weiß nicht, ob du den auch mit der Hohbe arbeiten musst. Mal schauen, ob das schneller geht. Oh ja, aber mal probieren. Ich habe eh genug. Ich habe da oben doch ein ganzes Deck mitgebracht. Da ist auf jeden Fall genug Zeug. Schaufeln brauche ich. Oder Schaufeln. Drei reichen erstmal. So. Zack. Kohle, 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 Kohle.